z so und das sind die die doch und ich wurde schon wieder hier geben uft ihr jetzt geht ja mal gar nicht der vollkommenen lange weiter wenn ich wieder raus habe dann fliege ich wieder raus das will ich nicht so ich will so ich würde hier den wagen verkaufen just for fun da ich es kann oh der 3 mal richtig epic ich werde es einfach so weitermachen ist mega krass so so dann holen wir uns mal so ein alter dauto wo alter da ist der momo schon wieder die blöde auskippt wo ist los jetzt mit dir hallo 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 ich kann ich kann nicht an ne lol ee wat wat der du hast keine Freifahrt, äh Freifahrt Weiter mit dem GW Panther, wo ich aus dem AT hier oben geschossen habe Schieß nochmal BAM! Schieß nochmal Freifahrt Mongo Dr. Crunch Ja man, was ist denn jetzt nun? Der kann da mich mal wieder hier switchen Ich werde nicht wieder gekickt werden von diesem Spiel Loser 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 Spiel schon scheiße wenn man Tastatur den ganzen Tag Slash Call 9 1 1 ähh Doktor was machst du eigentlich gerade ähh Flo Flo was ist mit dem los Jan hat dir eine Nachricht geschrieben Lalalalalala was ist mit dem los Jan hat dir eine Nachricht geschrieben Lalalala NEIN was ist los was ist da los ich dachte du hast ja nichts gesagt ich dachte dass ich nicht hier drauf bin hä was laberst du jetzt halt doch mal deine Klappe du bist schon hieslig ich weiß oh Julian ich hab dich hier gefunden ach ne ist nur ein Haufen Hunde scheiße Zuri Verwechslung oh mal gucken was es für Skins gibt ey hier ist ein hässlicher Julian ich hab heute werden die Mülltonnen abgeholt Julian pass auf dass ich dein Haus nicht mitnehme okay das war's was mir entspricht nein fällt richtig Mongo mäßig glaub mir mal besser als deiner was für ein denn hä was du laberst Junge bist schon hieslig ich weiß irgendwie irgendwie wusste ich das ja hast heute morgen halt in den Spiegel geguckt was passiert halt ne naja wenn man sich nicht traut so wie ich dann passiert das nicht boah ich bin richtig geil lol alter greif ihn die ganze Zeit an und ja er killt mich irgendwie ja ist das so war jetzt immer wieder online na das ist behindert man ich bin richtig hieslig du bist hieslig du bist hieslig du bist hieslig ich weiß ich hab bis jetzt noch keinen gekillt hier bei MTA du bist haslig irgendwie sterbe ich dann immer selbst wie schaffen die das denn eigentlich wie schaffen die das denn eigentlich wie schaffen die das denn eigentlich oh das war der falsche ist schon echt hartgeil ne du ja nein der hier hartgeil heißt der ja lustig lustig tralalalala so ist wir heute morgen da pfff willst du mir grad erzählen dass wir da und dem einen hier das Auto klauen was los? wir klauen hier dem einen da und das Auto schau mir erstmal ne desert ne diegel ne diegel ne diegel ne ne igel wo zeig doch die heißt igel du ässer ey ich kann im Moment noch so viel essen nicht ich will ich hätte mich nicht ich meine wenn ich irgendwie ähm warte ich möchte nicht mehr ich hab das nicht aber äh ich meine äh hey 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 Zero was sollen das hä 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 Zero ey Zero ey Zero Zero was hast du mit Zero ey Zero Zero heißt das bitte sehr Zero Zero man hast du eigentlich irgendeinen Plan vom Leben ey wie die einfach nicht sterben das find ich voll behindert alter bist du jetzt nicht sterben oder wie ja irgendwie ich bekomme keinen gekillt die sterben nicht ganz scheiße ne alter und das zieren ist auch mega scheiße so wie du ne so scheiße wie du ja das das ist eine ja ist es ist sehr es das nicht Oh, what the f**k? Waaaaat? Der kann doch nicht fahren. Warte nachlafen. Wo bist du eigentlich? Vielleicht beim Spiel. Was machst du denn eigentlich? Das Spiel ist kacke. Ja, was machst du denn eigentlich? Dich umbringen. Hä, du bist doch gar nicht bei mir. Guck mal vor deinem Fenster. Ich glaube dir nicht. Ich mir schon. Das soll nichts hier werden. Was soll ich dazu werden? Server ist immer noch weg. Ah ne, Server ist wieder da. Stalker und Kha'Zix Raven. Two Bay. Die sind schon wieder drauf. Let's try. Putra ist die. Die ist灰色. Alter, ganz ehrlich. Du bekommst schon scheiße. Was ist das? Keine Ahnung Ich mag MTA wirklich, wenn ich ehrlich bin nicht mehr Ich mag MTA nicht mehr Ich schon Das ist schon echt scheiße Ja bist du Erstmal ein bisschen abwarten wieviel Leute auf den Server drauf gehen Dann geh ich zum R-Field Ah ne scheiße ich bin gestorben Ah ich glaub ich geh mal offline Oh wie wärs offline Geht doch Oh FF Weg Runter auf den Server Und so ne Na ok dann sag halt nix Und damit dann ende ich das auch Da ich jetzt zu essen gehe Ja Also viele MTA Videos werden jetzt glaub ich hier nicht kommen Da es jetzt nicht so toll ist wie ich Also ich find's nicht so toll Weil Man macht ja eigentlich nichts anderes außer die ganze Zeit nur arbeiten Das ist mega langweilig Ähm Würden jetzt mal Videos kommen mit Äh Ich fahr mit nem scheiß Faktor Mehr nicht Und ich find das langweilig Ist auch glaub ich auch langweilig zu gucken Also ist das hier Wenn ihr nicht an MTA erinnert Oder an Luria Lef Ähm Das letzte Video Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann